Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal BitcoinTrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Cardano US-Dollar-Chart und besprechen die neuesten Cardano-News und Onscheindaten. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Cardano US-Dollar 4-Stunden-Chart, um hier auch nochmal die letzten Videos etwas zusammenzufassen. Die liegen ja schon hier etwas länger zurück. Also ihr wisst, als wir hier bei der 1,50-Marke waren, habe ich ja darauf hingewiesen, dass wir hier einen überkaufen RSI haben und auch hier schon den stochastischen RSI über dem 90er-Level haben und dass eben gleichzeitig auch hier die 1,55-Marke eine starke Resistance ist und ich deswegen hier erst nochmal eine Ablehnung erwarte. Das seht ihr hier nochmal in dem letzten Video. Da haben wir gesagt, wenn wir hier eben abgelehnt werden, dann erwarte ich hier den Ausverkauf nochmal runter in unsere Re-Akkumulierung-Zone hier. Also das war zirka die 1,20-Zone hier auf dem 4-Stunden-Chart. Weil ihr seht, ist das auch passiert. Wir hatten hier einen heftigen Ausverkauf nochmal. Wir sind runtergekommen hier nochmal in die vorherige Re-Akkumulierungsphase und habe ich auch damals im Video gesagt, dass ich persönlich hier dann nochmal nachkaufen werde, was ich auch gemacht habe. Und ihr seht, seit dieser 1,20-1,25-Zone hatten wir dann hier auch nochmal einen sehr schönen Breakout. Wir haben hier noch einmal die abwärtsgerichtete grüne Linie zweimal getestet, bevor wir hier den starken Anstieg hatten. Ihr seht, die grüne Linie war ja hier unsere Haupt-Resistance. Die war hier Resistance, hier Resistance, hier Resistance. Und jetzt haben wir die hier einfach zweimal getestet. Hatten dann den Anstieg hier nach oben auf über 1,50-Zone. Das heißt, wer so hier dann auch die Chance genutzt hat und nochmal bei 1,20-1,25-Zone reakkumuliert hat, hat hier dann ungefähr bis zur Spitze 26% mitgenommen. Aktuell hier immer noch ungefähr 22%. Und da sieht man auch einfach, obwohl Bitcoin, Ethereum hier seitwärts laufen, der gesamte Markt eher am Korrigieren ist, wenn man hier seine Aufmerksamkeit auf die richtigen Altcoin-Projekte legt, wie beispielsweise Cardano oder auch Polygon, wo wir einen 22% Short und nochmal einen 22% Long mitgenommen haben, kann man es hier trotzdem schaffen, obwohl eben der Markt in dieser langweiligen Phase ist, immer noch gute Profite zu realisieren. Das heißt also, wenn wir jetzt zurückkehren auf den aktuellen Chart, auf die aktuelle Situation, muss ich ganz klar sagen, für alle, die jetzt hier die Chance verpasst haben, bei 1,20-1,20-Zone noch einmal einzusteigen, jetzt aktuell würde ich hier oben nicht einsteigen. Also jetzt hier keine FOMO bekommen, denn ihr seht, wir haben hier nochmal dieselbe Situation. Der RSI ist hier massiv überkauft. Stigochastische RSI ist hier auch schon über dem 90er Level. Das heißt also, auch hier ist es in der kurzen Frist sehr wahrscheinlich, dass wir hier nochmal bei dem 1,50-1,50-Level wie das vorherige Mal abgelehnt werden und vielleicht jetzt erst nochmal eine Korrektur sehen, das heißt also die nächsten Einstiegsmöglichkeiten wären, wenn wir hier nochmal runterkommen auf den nächsten Support bei ca. 1,40$, hier schaffen die 1,40$ als Support zu bestätigen, dann könnten wir hier nochmal eine Aufwärtswelle Richtung 1,60$ sehen, das heißt also hier könnte man einen nächsten Long eingehen, ist aber auch sehr riskant, ich persönlich würde eher darauf warten, ob wir nochmal runterkommen hier auf die 1,30$ und würde dann hier nochmal einsteigen. Das Wichtigste ist einfach nur, dass wenn wir jetzt hier die Korrektur sehen, wir nicht unter die vorherigen Tiefs hier fallen, damit wir einfach diesen Aufwärtstrend bestehend aus höheren Hochs und höheren Tiefs in der kurzen Frist fortsetzen können, denn ihr seht auch, wenn wir uns das hier nochmal ein größerer Bild anschauen, meiner Meinung nach sieht das hier sehr danach aus, als hätte Cardano hier unten bei 1$ seinen Boden gefunden, wir haben einmal hier diesen Boden, diesen Boden, das könnte also hier wirklich ein Doppelbutton-Pattern gewesen sein, sodass Cardano insgesamt hier im übergottenden Trend schon seinen Boden erreicht hat, man könnte das Ganze, wenn man möchte, auch hier als großes V-Pattern darstellen, wenn das ein V-Pattern sein sollte, müssen wir auch warten, bis wir hier oben die 1,60$ gebrochen haben, das wäre dann hier auch nochmal für alle ein neuer Long-Einstieg, wie wir bisher noch keinen Long-Einstieg hier gefunden haben, und das nächste übergeordnete Preis hier wäre dann hier oben auch ungefähr die 2$ bis 1,90$ Marke, das heißt also, ich würde hier für alle, die den Anstieg jetzt verpasst haben, auf die Korrektur warten, ob wir nochmal runterkommen auf 1,30$, wenn dies nicht geschehen sollte, dann würde ich hier auf einen Resistance-Flip warten, das heißt also entweder, dass hier die 1,40$ Support werden, nachdem wir sie hier bestätigt haben nach einem erfolgreichen Retest, oder dass wir es eben schaffen hier oben über die vorherige Resistance auszubrechen, dann würde ich hier von 1,60$ auf 1,90$ nochmal Long gehen. Dann blicken wir jetzt noch auf den Cardano US-Dollar-Tagesstart, und hier könnt ihr sehen, wir haben es jetzt mit der aktuellen Tageskerze geschafft, hier diesen Abwärtstrend vorerst zu preschen, ihr wisst ja, hier wurden wir schon sehr oft abgelehnt, aber das ist hier nur die halbe Miete, worauf es jetzt wirklich ankommt, ist, dass wir es schaffen, das letzte tiefere Hoch zu übertreffen, das heißt also, wir möchten jetzt sehen, dass wir es hier wirklich schaffen, über die 1,60$ Marke dann von oben diesen grünen Kasten nochmal antesten, das heißt also hier die vorherige Resistance als Support bestätigen, das wäre dann hier auch nochmal ein neuer Long Entry, und das nächste Ziel wäre dann hier auch 1,80$ bis 1,90$, das wäre dann hier nochmal ein Anstieg von ungefähr 15%, darüber haben wir auch in dem letzten Video besprochen, hier haben wir auch gesagt, der erste Schritt ist es, den Abwärtstrend zu preschen, das haben wir jetzt gesehen, aber das ist eben nur die halbe Miete, wir müssen es schaffen, das letzte tiefere Hoch auch zu übertreffen, und als Support zu bestätigen, wenn wir wirklich hier auf dem Tagesschart bullisch sein müssen, das steht uns hier also noch so vor, wir müssen es jetzt schaffen, hier den erfolgreichen Retest zu absolvieren. Gleichzeitig sehen wir hier aber auch, was sehr interessant ist, ihr seht, wir haben einmal auf dem Chart hier ein Tief und ein tieferes Tief, währenddessen hier der MACD ein Tief und ein höheres Tief hat, das heißt also, wir haben jetzt hier eine bullische Divergenz bei dem MACD, das heißt also, dass wir jetzt hier mit bullischem Momentum rechnen können, was dazu führen sollte, dass wir es hier vielleicht schaffen, in den nächsten Wochen wirklich über die 1,60 hier auszupreschen, wie ein Momentumschiff sehen und dann hier nochmal einen neuen Aufwärtstrend starten, da werde ich hier auf dem Tagesschart drauf achten, aber nach wie vor geht, solange wir das letzte tiefere Hoch nicht preschen können, solange sind wir meiner Meinung nach hier auf dem Tagesschart noch nicht bullisch und es ist ja auch möglich, dass wir dann hier nochmal eine Korrektur runter in die 1,30-Zone sehen oder auch hier den Abwärtstrend zuerst nochmal retesten, bevor wir es dann hier schaffen, das letzte Tief hoch zu überbrechen und den Breakout hier fortzusetzen. Dann kommen wir abschließend hier noch zu dem MACD an US-Dollar-Wochen-Chart und hier haben wir wirklich eine sehr positive Entwicklung, den ihr könnt sehen, wir haben jetzt hier den lang ersehnten, bestätigten stochastischen RSI-Quars auf dem Wochen-Chart und ihr wisst ja, das haben wir hier wirklich schon über mehrere Wochen besprochen, wann immer wir hier in der Vergangenheit die letzten bestätigten stochastischen RSI-Kurses hatten, hatten wir auch jeweils hier auf dem Chart immer eine ziemlich starke Aufwärtsbewegung. Das heißt also, wir können jetzt hier übergeordnet auf jeden Fall schon mal mit bullischem Momentum rechnen. Das Einzige, was wir jetzt noch schaffen müssen, ist hier auf dem RSI den Abwärtstrend zu beenden, das heißt also hier über die rote Linie zu steigen, hier dann nochmal auch höhere Hochs und höhere Tiefs zu sehen und gleichzeitig möchten wir es auch nochmal schaffen, über die 21er EMA zu steigen. Diese befindet sich schon momentan auch bei 1,65€. Das heißt also, wenn wir es hier schaffen, jetzt noch auf dem RSI den Abwärtstrend zu beenden und hier nochmal über die 1,65€ Mark, also über die 21er EMA zu steigen, dann rechne ich hier auf dem Wochen-Chart damit, dass wir übergeordnet bereit sind, hier die nächste größere Aufwärtsbewegung zu absolvieren. Dann blicken wir jetzt hier noch auf den 4-Stunden-Chart, auf den Lux-Algo-Indikator und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an das letzte Video vom 2. Januar. Hier habe ich ja unter dem Abschnitt Cardano-Kaufsignal-Fragezeichen eben gesagt, dass wir hier auf dem 4-Stunden-Chart höchstwahrscheinlich kurz vor einem bestätigten Kaufsignal stehen und wir die nächste Aufwärtsbewegung hier oben in die oberen Reversal-Bänder sehen werden. Und wie ihr seht, ist genau dies jetzt geschehen. Wir hatten hier das bestätigte Long-Signal bei ca. 1,26€. Ihr seht, der Trend-Catcher ist grün, die Kerzen sind grün, zumindest hier das Kaufsignal bestätigt. Wir hatten dann hier einen Anstieg bis nach oben von 24% ganz genau in die oberen Reversal-Bänder, wie wir es hier besprochen haben. Das heißt also, wir haben jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart ganz klar starke Resistance. Das heißt, für alle, die diesen Trade hier mitgenommen haben, ihr habt 24% gemacht, holt hier oben jetzt eure Profite raus. Das würde ich zumindest machen, denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir jetzt hier an den oberen Reversal-Bändern erstmal nochmal ein bisschen abgelehnt werden und eine kleine Korrektur sehen. Wenn wir dann hier noch weiter auf den Tagesschart wechseln, hier nochmal die Sensitivität, wie empfohlen, auf 14 anpassen, dann seht ihr auch hier, dass wir jetzt hier auch ein bestätigtes Long-Signal hatten bei 1,26€. Und darüber habe ich ja auch in dem letzten Video hier besprochen, dass sich hier höchstwahrscheinlich ein Long-Signal nochmal anbahnen wird. Nur war das hier eben noch nicht bestätigt, denn die Kerzen waren hier noch nicht grün. Aber wie ihr sehen könnt, sind die Kerzen hier grün geworden. Wir hatten dann das bestätigte Kauf-Signal und seitdem dann hier auch schon einen Anstieg von auch ungefähr 18%. Und was hier das Besondere ist, ihr seht, das ist hier jetzt nochmal das erste bestätigte Long-Signal, seitdem wir hier oben die Reversal-Bänder erreicht haben, hier oben bei ca. 2,85€. Das heißt also, das ist jetzt hier das erste bestätigte Long-Signal nochmal seit ungefähr 130 Tagen. Und das könnte eben auch dazu führen, dass wir jetzt hier wirklich ein Momentum-Shift sehen, diese Korrektur beendet ist und es jetzt hier nochmal langsam hoch geht in Richtung der 1,90€. Aber wie gesagt, auf dem 4-Stunden-Shirt haben wir hier die oberen Reversal-Bänder erreicht. Das heißt, wir rechnen jetzt erstmal noch in der kurzen Frist mit Korrektur. Das heißt also auch hier, ich würde jetzt nicht einsteigen. Ich würde jetzt die Korrektur abwarten, wie wir das vorhin auch bei der klassischen Chart-Analyse besprochen haben, bis wir sehen, dass entweder nochmal Resistance zu Support flippt oder wir runterkommen auf 1,30€ und dann würde ich persönlich erst nochmal einsteigen. Jetzt persönlich würde ich hier keinen FOMO-Kauf vornehmen. Kommen wir jetzt zu den Cardano News und Oncheindaten. Und hier sehen wir auch das große Event, was fundamental dafür verantwortlich war, dass wir jetzt den Cardano-Anstieg gesehen haben, obwohl der Markt ja insgesamt eher noch am Korrigieren ist. Und das hat damit zu tun, dass Sunday Swap jetzt hier sein Mainnet-Launch verkündet hat. Wir haben hier einmal einen Kalender mit den wichtigen Daten. Ihr seht, am 20. Januar wird hier Sunday Swap live gehen, ist aber noch eine Beta-Funktion hier der Decks. Und ihr seht auch am 20. Januar gleichzeit startet dann hier auch das Yield-Farming für die Sunday-Token. Und ab dem 25. kann man hier auch bei dem ISO mitnehmen. Dafür muss man eben hier seine Cardanos einloggen, damit man dann hier auch die Token bekommt. Das sind also jetzt hier in der kurzen Frist die wichtigsten Daten. Und man muss natürlich auch sagen, wie gesagt, das ist hier noch eine Beta-Version. Das heißt also, wahrscheinlich wird es hier noch nicht 100% reibungslos laufen. Und vor allem, was auch ganz wichtig ist, da finde ich hier diesen Twitter-Post sehr gut, Cardano ist momentan schon sehr ausgelastet, was ja die Skalierungsmöglichkeiten angeht. Ihr seht, wir sind hier teilweise schon zu 82% ausgelastet. Und das, obwohl Sunday Swap noch nicht gelauncht ist. Das heißt, wir können davon ausgehen, sobald Sunday Swap live geht, dass Cardano höchstwahrscheinlich überlasten wird, weil es momentan einfach noch nicht genug skalieren kann. Und dass es dann auch dazu kommen kann, dass der ein oder andere Nutzer schlechte Erfahrungen hier kurzfristig machen wie Sunday Swap, weil wahrscheinlich die ein oder anderen Swaps nur sehr verzögert funktionieren werden. Das heißt also, in der kurzen Frist jetzt erstmal ist es natürlich hier sehr positiv, dass Sunday Swap jetzt am 20. Januar hier seinen Mainnet-Launch hat, weil einfach jeder darauf gewartet hat, dass wir hier endlich die erste große Deck sehen. Aber in den nächsten Wochen könnte es hier zu extrem viel FAT-Nachrichten kommen, dass Cardano eben nicht skalieren kann und dass die Anwendungen, also die dezentralen Applikationen auf Cardano nicht funktionieren, weil hier einfach die Skalierung nicht nachkommt. Das ist einfach wichtig zu wissen. Das heißt also, es könnte hier zu einem By-the-Rumors-Set-News-Event kommen. Und deswegen ist das unter anderem auch der Grund, warum ich eben jetzt hier momentan in die FOMO nicht einsteigen würde, wenn ich hier in den letzten Wochen den Long-Entry in der 1,20 bis 1,30-Zone verpasst hätte. Das ist also hier einfach wichtig im Hinterkopf zu behalten, denn die Skalierung, die wird ja jetzt hier erst 2022 vorgenommen. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Es gibt hier sehr viele On-Chain- und Off-Chain-Lösungen. Die besten On-Chain-Lösungen sind hier einmal die Vergrößerung der Block-Sites, darüber haben wir ja auch schon besprochen, und hat eben auch, dass das Bluetooth-Script hier verbessert wird. Und die besten Off-Chain-Lösungen sind hier einmal eben Hydra-Update und die Sidechains, über die dann hier maßgeblich vor allem eben über das Hydra-Update-Cardano schaffen wir 2022 zu skalieren. Des Weiteren sehen wir eben auch, dass ja hier die Skalierbarkeit erst der vierte Schritt auf der Roadmap ist. Das heißt also, das ist ja das Ziel für 2022. Und ich denke dann, wenn über 2022 hier die verschiedenen Cardano-Projekte erfolgreich aufgebaut wurden, das Defi-Ökosystem erfolgreich aufgebaut wurde und Cardano dann eben durch diese ganzen verschiedenen Lösungen hier skalieren kann, dass wir dann das Potenzial haben, hier nochmal auf das letzte Allzeithoch und darüber hinaus eben zurückzukehren. Das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video ein Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo da lässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.